Liebe Zuschauer von KTV, am Dienstag, den 2. Februar, 17.30 Uhr, live für Sie aus Rom. Wir übertragen die Heilige Messe für die geweihten Personen, die Ordensleute, mit Papst Franziskus aus dem Petersdom am Fest der Darstellung des Herrn. Schalten Sie ein und seien Sie live dabei. Dienstag, 2. Februar, 17.30 Uhr. Dienstag, 2. Februar, 17.30 Uhr.